Hi Leute! Änderungen stehen jetzt aus. Ich freue mich riesig drauf. Wenn ihr Bock habt, in Zukunft mit mir zu kochen, mit mir zu backen, Beauty, Abnehmen, Frisur und alles, was dazu gehört, wenn ihr darauf Lust habt, dann müsst ihr auf meinem Kanal bleiben. Riesige Veränderungen, nicht nur Nageldesign, natürlich auch Nageldesign, da wird es auf jeden Fall dabei bleiben. Das möchte ich in Zukunft mit euch machen. Ich möchte Spaß mit euch haben. Und ich hoffe, ihr werdet auch Spaß mit mir haben. Wenn ihr mich besser kennenlernt, werdet ihr sehen, dass ich eigentlich ein ziemlich durchgeknallter Typ bin, mit dem man viel Spaß haben kann. Und darauf freue ich mich. Also wenn ihr es erleben wollt, bleibt dran, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und freut euch, was da kommen wird. Jedenfalls, ich freue mich drauf. Bis dann, eure Conny. Ciao, ciao!